Das erste Aufgebot der deutschen Nationalmannschaft unter dem neuen Trainer unter Dennis DGTV für die kommenden zwei Testspiele gegen Polen und gegen Nordirland. Und den Fans sind direkt mal zwei Dinge aufgefallen, für die sich Dennis DGTV auf alle Fälle erklären muss. Auf der einen Seite nimmt er mit Lars Stindl, Timo Werner, Mario Gomez und Sandro Wagner vier Stürmer mit in das Aufgebot. Auf der anderen Seite wird der formstarke Dennis DGTV Jr. tatsächlich nicht mitgenommen. Auf einer Pressekonferenz vor dem ersten Spiel gegen die polnische Nationalmannschaft begründete DGTV seine Entscheidung, DGTV Jr. nicht mitzunehmen. Damit, dass dieser nicht zu 100%ig fit sei und er nur wirklich zu 100% fitte Spieler mit in dieses erste Aufgebot nehmen möchte. Eine relativ logische Entscheidung könnte man denken und damit war das Thema zumindest erst einmal geklärt und die Begründung war auf alle Fälle plausibel. So plausibel wie das Ganze in der Öffentlichkeit erklärt wurde, so kompliziert war es dann eben im Hintergrund. Denn ich war gar nicht verletzt. Ich war zu 100% fit und dazu wahrscheinlich auch noch der formstärkste deutsche Nationalspieler, den es momentan gibt. Nach vier Scorern im Premier League Spiel gegen Aston Villa wartete ich förmlich eigentlich nur auf einen Anruf oder auf eine Nachricht, dass ich es in das Aufgebot für die kommenden zwei Testspiele gegen Polen und Nordirland geschafft habe. Es wurde immer später und später und immer unwahrscheinlicher und unwahrscheinlicher, dass ich irgendwie noch einen Anruf oder eine Nachricht erhalten würde, dass ich es in diesem Kader geschafft habe. Und irgendwann hatte ich damit abgeschlossen, aber mir war klar, dass es hierbei bestimmt nicht darum gehen würde, dass ich nicht zu 100% fit bin, sondern dass mein Vater mir tatsächlich nur eins auswischen möchte. Denn wenn man einen Spieler nach so einem Spiel nicht mitnimmt, dann muss das doch ein bisschen mehr sein als der Spieler, als nicht zu 100% fit. Fakt ist, dass diese Nicht-Nominierung nicht nur mich mental etwas geschwächt hat, sondern tatsächlich auch meine Karriere bei Manchester United ein wenig gefährdet hat. Denn nach zwei Wochen ohne jegliche Spielpraxis und nur mit Training, meinte José Mourinho, dass es das Beste wäre, dass ich auch beim nächsten Spiel gegen Lesser City in der Liga tatsächlich nicht zum Einsatz komme. Und jetzt stellt sich die Frage, spielen wir das nächste Spiel gegen Sporting Lissabon oder sitzen wir wieder auf der Tribüne? Zwei Folgen der FIFA 18-Spieler-Karriere in drei Tagen. Wann gab es das bitte zum letzten Mal? Ich weiß es nicht. Das ist, glaube ich, Monate her. Super, ja! Naja, in diesem Sinne würde ich sagen, verlieren wir nicht allzu viel Zeit und starten rein in die heutige Folge der FIFA 18-Spieler-Karriere. Denn es der GTV erntet Lorbeeren für offensive Meisterleistung, würde ich mal sagen, passt auf jeden Fall zur letzten Folge, wo wir ziemlich abgegangen sind. Startformation gegen Sporting Lissabon ist tatsächlich auch drin, auch wenn wir eben zwei Wochen jetzt nicht gespielt haben und auch das Spiel gegen Lesser City verpasst haben. Geht es also für uns weiter mit einem weiteren Spiel in der Champions League gegen die Portugiesen, gegen Sporting Lissabon. Nebenbei können wir auch mal wieder die Schuhe wechseln und tatsächlich auch mal wieder einen neuen Jubel auspacken. Ich glaube, einige Leute wollten den Mannequin-Jubel sehen, auch wenn der Hype davon irgendwie so ein bisschen vorbei ist. Werden wir einfach mal den Jubel nehmen. Und in diesem Sinne würde ich sagen, starten wir rein in die heutige Folge, das erste Spiel gegen Sporting Lissabon. Das zweite wird auf jeden Fall auch ganz interessant werden, Manchester Derby gegen Manchester City. Das wird auf jeden Fall interessant. In diesem Sinne, starten wir rein, erstes Spiel gegen Sporting Lissabon. Wenn euch die Spielerkarriere gefällt und ihr sie weiterhin so aktiv sehen möchtet, so wie es momentan der Fall ist, wenn ihr vielleicht schon morgen die nächste Folge sehen möchtet, dann haut auf jeden Fall mal gerne den Like-Button auf die heutige Folge raus. 2000 Likes werden auf jeden Fall extrem nice von euch. Und ansonsten würde ich sagen, starten wir jetzt mal rein in das Spiel, verliere nicht allzu viel Zeit, plapper nicht so viel um den heißen Brei, so wie ich es gerade tue. Und starten rein ins erste Spiel gegen Sporting Lissabon. Los geht's! Ach ja, die wunderbare Champions League-Hymne im Old Trafford-Tören. Was gibt es eigentlich Schöneres? Ich denke mal, es gibt nur wenige Momente, die schöner sind als diese Atmosphäre in diesem legendären Fußballstadion in England. Und dazu dann auch noch die Champions League. Was gibt es eigentlich Besseres? Dazu noch eine geile Manchester United-Mannschaft-Atmosphäre von den Fans, die auch eine wunderbare Choreo bilden. Mehr oder Besseres gibt es eigentlich nicht. Oder nur sehr weniges, was besser ist. Wie zum Beispiel die Champions League gewinnt, was natürlich unser Ziel ist. Wir sind auf dem besten Wege, die Gruppenphase erfolgreich zu überstehen. Sind in einer Gruppe mit Sporting, Fetterbatscher und Panathinaikos. Sind da momentan vorne sechs Punkte aus zwei Spielen geholt. Also die volle Punktenanzahl. Jetzt sollen es neun aus drei werden. Gegen Sporting Lissabon auf jeden Fall ein nicht zu unterschätzender Gegner. Ein sehr ernstzunehmender Gegner auf alle Fälle. So wie eigentlich jeder Gegner in der Champions League. Ich würde sagen, wir starten rein ins Spiel und sehen uns in der ersten Szene wieder. Los geht's. Nein, den habe ich nicht. Oha, oha. Ja, das ist die Reha. Aber Sporting schon mal das erste Mal gefährlich vorne. Also die sind, wie gesagt, echt nicht zu unterschätzen. Starkes Zusammenspiel. Superball auf Marcus. Hättest du nicht weiterspielen müssen, aber ist okay. Kann mal passieren. Ball ist, ja, nicht im Aus, leider. Aber war eben halt schon mal ganz gut gedacht. Oh nein. Was macht der da? Was macht der? Ey, was machst du denn da? Verteidiger, wer war das? Der kriegt absolut Stress nach dem Spiel. Was war das denn? Ja, Sporting führt. Bastos, die alte Gurke von Wolfsburg. Mit dem Tor hier. Aber was war das für ein Tor? Was war das vom Verteidiger? Das ist Matic. Was macht der denn da? Wie kann man so einfach den Ball verlieren? So vorm Tor. Ach du Scheiße. Kannst du keinem erzählen? Ein super Ding. Zwölfte Minute. Wir liegen hinten. Warum passiert das nicht mal beim Gegner so? Warum nicht mal von der CBO so ein dummer Fehler? Nee, passiert natürlich wieder nur uns. Super Ding, Alter. Da freut man sich. Was macht der denn da? Freut man sich immer wieder drauf. So, jetzt sind wir wieder absolut gefordert. Ja, super Ballverlust. So, komm. Im Zusammenspiel mit Mkhitaryan. Schönes Zusammenspiel. Nochmal vielleicht der Ball in die Mitte. Lukaku. Oh Mann. Lukaku kriegt wieder nichts auf die Reihe. Ah, das war jetzt mal gut. Das war jetzt mal gut. Ja, der Ball ist noch bei uns. Ja, der Ball ist wieder nicht bei uns. Der Ball ist wieder bei uns. Komm schon. Oh Mann. Oh, der Ball ist schon wieder bei uns. Jetzt aber. Komm, komm. Oh mein Gott ist der. Oh Gott. Der ist so knapp am Tor vorbeigegangen. Das gibt's nicht. Scheiße. Ich hab den absolut drin gesehen. Boah, was eine Granate. Oh naja, was tun die da schon wieder? Was machen die? Oh Gott, Junge. Also unsere Verteidigung ist ja momentan echt absolut scheiße. Das kann man keinem erzählen. Oh, das ist gut gespielt. Das ist gut gespielt. Das ist kein Abseits. Lukaku spielt den Ball in die Mitte für... Ja. Ja. Für wen? Weiß ich nicht. Nicht für mich auf jeden Fall. Oh, starker Ball. Unten ist Lukaku. Komm schon. Lukaku spielt ihn wieder in die Mitte. Warum spielt er den nicht? Jetzt spielt er ihn. Was ist das denn für... Och Mann. Lukaku geht mir langsam auf die Nerven. Warum spielt er denn nicht einfach direkt? Ich wäre voll frei durch gewesen. Nein, er läuft erstmal. Er dribbelt erstmal wieder größtes Spaßziel. Was macht er denn da? Was macht Martic da schon wieder? Und... Oh Gott, ey. Da fehlen mir langsam echt die Worte. Scheiße. Oh oh. Ja. Alles klar. Alles klar. Haben wir überhaupt eine Verteidigung? Gibt es sowas hier überhaupt? Scheinbar nicht. 42. Minute. 2-0 für Sporting. Klar. Super Ding auf jeden Fall. Freut mich immer wieder Geschäfte zu machen. Geile Sache auf jeden Fall. Wir verschenken hier die Punkte. Klare Angelegenheit. Was ist das denn? Wo ist da die Verteidigung? Wer ist da bei dem Achter? Wer ist da? Nein, die gucken nur zu. Und der der Ria kassiert das Zweite heute. Alter Schwede. Was ist das denn heute? Was ist das heute? Vorne geht gar nichts. Und hinten machen die absolute Fehler. Ja. Erste Halbzeit vorbei. Gibt es da viel zu sagen? Nein. Gibt es eigentlich gar nicht. Scheiß Halbzeit. Zweite Halbzeit muss besser werden. Zwei Tore müssen wir irgendwie aufholen. Am besten noch ein drittes machen. Aber irgendwie mit Lukaku vorne im Sturm sehe ich irgendwie nicht mal ein Tor, das wir hier erzielen. Aber naja. Vielleicht. Hoffnung gebe ich nicht auf. Zweite Halbzeit. Los geht's. Oh Gott. Das ist absolut die Lücke. Richtig gut gesehen. Mkhitaryan. Och Mkhitaryan. Lukaku. Lukaku. Mkhitaryan. Ja. Tor. Gut gemacht. Gut gemacht. Danke. Super gespielt. Mkhitaryan und Lukaku. Dass die das auch noch können. Halleluja. Wirklich. Absolut toll. Freut mich. Super Ding. Oh. Nein. Nein. Oh mein Gott. Wie die uns hier zerspielen. Hallo. Hallo. Will auch jemand verteidigen. Nein. 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 Oh Gott. Nein. Was ist das denn? Was ist das für eine Verteidigung? Das kann mir doch keiner erzählen. Da stehen fünf Leute in der Mitte. Und keiner deckt hier irgendwen. Was machen die überhaupt? Für was werden die bezahlt? Für was werden hier in England absolute Mega-Gehälter bezahlt? Wie spielen die bitte? Was macht Smalling da? Warum steht Rashford da einfach nur rum? Ja. Rossi Mourinho denkt sich wahrscheinlich das Gleiche. Komm schon. Abschluss mit links. Abschluss mit links. Jawohl. 66. Minute. Nimm den Ball. Scheiß egal. Los geht's. Lukaku mal wieder mit einem super Ball. Obwohl, ja, so super war der Ball nicht. Also da war unser Abschluss schon ein bisschen besser. Aber immerhin holen wir hier wieder einen Anschlusstreffer raus. Super Ding. Viertes Champions League-Tor. Rashford geht raus. Marcel kommt rein. Freue mich auf alle Fälle. Ibra auch noch drin. Das ist hier super. Also das könnte noch was werden. Mit Ibra im Sturm bin ich irgendwie ein bisschen zuversichtlich. Obwohl Lukaku zwei Vorlagen gemacht hat. Also das muss man ihm schon lassen. Aber der Rest des Spiels war halt nicht so das Gelbe vom Ei. Not the yellow from the egg cause English man with it. Zurück auf DGTV Junior. Der auf Ibrahimović. Ibrahimović zurück auf DGTV Junior. Ja, Abschluss mit links. Scheiße. Funktionieren nie. Oh, das ist Einsatz. Das ist Einsatz, wie man ihn braucht. Das ist der Einsatz, wie man ihn braucht. Und Mkhitaryan. Nein, da kommt der Verteidiger vorher noch dran. Ey, das gibt's nicht. Durch, durch. Das ist gut. Das ist gut. Das ist gut gespielt. Das ist gut gespielt. Nein, die Flanke wird absolut abgeblockt. Das gibt's nicht. Am Ziel vorbei. Ja, gut. Vielleicht spiele ich heute auch nicht mein bestes Spiel. Aber ich versuche es immerhin im Gegensatz zu anderen. Ja, Niederlage. 3 zu 2 Niederlage gegen Sporting Lissabon. Die haben wirklich gut gespielt. Aber wie wir heute verteidigt haben, das war echt mega, 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 mega schlecht. Also wirklich. So kannst du als Champions League, als amtierender Champions League Sieger, so kannst du noch nicht verteidigen. Bastos macht heute zwei Tore. Und, ja, wir verlieren. Ist nicht so gut. Nicht so toll. Wenn du so gegen Manchester City verteidigst, dann, ja, dann wird das eine 4 oder 5-0 Klatsche für uns. Aber wir sind positiver Dinge. Es waren auch Momente da, wo es gut war. Aber die waren halt weniger oder so gut wie gar nicht vor. Wir spielen gegen Manchester City dann aber nochmal eine kleine Trainingseinheit. Und wir können aber noch mal ganz kurz auf die Tabellensituation eingehen. Denn die ist auf alle Fälle sehr interessant. Denn Manchester City gegen Manchester United ist nicht nur das Manchester Derby, sondern auch das Spiel. Erster gegen Dritter und könnte das Spiel um die Tabellenführung sein. Denn wenn wir hier gewinnen sollten, dann bleiben wir Tabellenführer. Wenn Manchester City gewinnen sollte, dann ist die Wahrscheinlichkeit doch relativ groß, dass die die Tabellenführung übernehmen. Tottenham ist aber auch noch mit dabei mit 17 Punkten auf der 2. Also die Tabellensituation sieht doch sehr interessant aus auf alle Fälle. An einem anderen Geburtstag, dem 28.10. findet das Manchester Derby hier in unserer Spielerkarriere statt. Ich würde mal sagen, wir verlieren nicht allzu viele Worte. Starten rein ins Spiel und schauen da mal, was geht. Ich denke mal, das wird ein verdammt hartes Spiel werden. Aber wir können hier als Sieger rausgehen, wenn wir uns zu 100% straffen. Im Old Chef hat das Ganze bei Schauer, wie soll es auch anders sein. Hier typisch englisches Wetter. Ich würde sagen, wir starten rein ins Spiel und sehen uns gleich wieder. Ja, das ist nicht ungefährlich. Ja, das war auf jeden Fall nicht ungefährlich. Das war verdammt knapp. Aber zum Glück ist unser Keeper David Dejea und er hält den Ball natürlich. Da oben sehe ich noch den Platz für Marcus Rashford. Er spielt ihn wieder zurück. Das ist gut gespielt. Das ist sehr gut gespielt. Ja, am Abschluss scheitert es dann leider. Aber war schon mal der erste gute Ansatz im Spiel. Starker Ball von Pogba. Nein, da nimmt er den Ball nicht richtig mit. Und, ach man, das wäre so eine gute Chance geworden. Aber dann nimmt er den Ball einfach nicht vernünftig mit. Wir wären sogar am Verteidiger vorbei gewesen. Wieder auf DGTV Junior. Mkhitaryan. Mkhitaryan bleibt am Ball. Ja, auch wieder nicht ungefährlich. Auch wieder super gespielt. Aber Ederson ist wieder zur Stelle. Ganz easy. Was ist das denn? Warum ist da schon wieder unten so viel Platz? Leroy Sané. Kommt, Dejea. Kommt, Dejea. Ja, ja. Gut gemacht. Gut gemacht, Junge. Oh Gott. Was wäre Manchester United nur ohne David Dejea? Ich glaube, das stellen sich viele Leute die Frage. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Ja. Oh Gott. Ich wollte schon sagen. Ich habe schon Ja gesagt, weil ich dachte, der Ball würde reingehen. Aber der ist echt knapp am Tor vorbeigegangen. Richtig starker Schuss von Kevin De Bruyne. Dem anderen sehr guten Zehner auf anderer Manchester-Seite. Oh oh. Oh oh. Ich glaube, das war... Ja. Ja. Das war ein bisschen too much. Oh scheiße. Oh fuck, Mann. Warum gehe ich da denn so rein? Bin ich irgendwie... Bin ich irgendwie behindert? Was tue ich da gerade? Was habe ich da gerade getan? Warum grätsch ich da so rein? Ja. Restliche Spielzeit simulieren. Restliche Spielzeit anschauen. Restliche Spielzeit als Team absolvieren. Warum grätsch ich da so rein? Oh mein Gott. Was ist denn das für eine dumme rote Karte? Dümmer geht es eigentlich gar nicht, oder? Ja gut. Ich meine... Habe ich gesagt, dass das die nächste Sperre für uns ist? Ja gut. Das habe ich. Aber ja. Das war halt einfach dumm von mir. Also einfach extrem dumm, wie ich da reingegrätscht bin. Ich dachte eigentlich, dass ich da irgendwie von der Seite kommen würde und dass es halt eine gelbe Karte werden würde. Im schlimmsten Fall eigentlich dachte ich, dass ich den Ball gewinne. Aber dann sind wir halt eher von hinten reingegrätscht. Und das ist ja natürlich ein rüdes Foulspiel. Und dementsprechend absolut verdient eine rote Karte. Naja, wir sind, muss man aber auch immerhin sagen, für ein relativ unwichtiges Spiel gesperrt. Im Carabao Cup geht es dran gegen Cardiff City. Ich denke mal, das sollte die Mannschaft auch ohne mich gewinnen. Und genau das tun sie auch mit dem 2-0 Sieg. Sehr stark. Und in diesem Sinne soll es das tatsächlich an der Stelle gewesen sein. Mit der heutigen Folge der FIFA 18-Spieler-Karriere. Wenn euch das Format gefällt und ihr das Ganze wieder mal aktiv sehen möchtet. So wie es momentan eben kommt, so alle 2-3 Tage eben wieder eine Folge. Dann lasst auf jeden Fall gerne auf die heutige Folge einen Daumen nach oben. Da 2000 Likes wären extrem nice von euch. Und ansonsten habe ich gar nicht mehr so viel zu erzählen. Wir sehen uns in der nächsten Folge dann in den nächsten Tagen. Hoffentlich auch wieder. Nicht wieder in drei Wochen. Ich hoffe auf jeden Fall, dass es so klappt, wie ich mir das Ganze vornehme. Und dass wir auf alle Fälle wieder richtig rein starten. Und ein paar coole Storylines haben. Wenn ihr übrigens eine Storyline-Vorschläge habt, könnt ihr sie mir sehr gerne unten in die Kommentare schreiben. Und in diesem Sinne verabschiede ich mich. Wünsche euch noch ein wunderbares Wochenende. Bis dahin, haut rein und ciao. Bis dahin, haut rein und ciao.